Hey Leute, was geht ab? Vor ein paar Tagen bin ich auf ein Video gestoßen, welches ich mir mehrmals angeschaut habe und da dachte ich mir, dieses Video muss ich euch allen unbedingt zeigen. Das ist zwar etwas ekelhaft und manche von euch werden bestimmt denken, die mal was schaust ihr für einen Scheiß an, verdammt nochmal. Aber sorry Leute, es ging nicht anders, es musste sein. Der arme Bobby strengt sich so sehr an, dass es fast so aussieht, dass all diese Geräusche da raus, aus der Tiefe, aus dem Inneren kommen. Das nenne ich eine anale Ausatmung. So sieht es auch wahrscheinlich bei Menschen aus, wenn sie den Zahnarzt besuchen. Und nachdem alles schon bald ist, gehen sie aus dem Zimmer raus und ihr Körper entspannt sich wieder. Puh, zum Glück können Hunde nicht pfeifen, denn sonst hätte das ganze so ausgesehen. Oder noch schlimmer, zum Glück rauchen sie nicht. Und wisst ihr was Leute, wenn irgendwann der Weltuntergang kommt und unsere Erdkugel von einem schwarzen Loch eingezogen wird, dann werden wir ganz genau wissen, wessen Schuld das ist. Demnächst im Kino, das schwarze Loch von Bobby. So Leute, das war's schon wieder für heute. Vergess nicht deinen Daumen nach oben zu geben und dein Abo nachzulassen. Und sonst werden wir uns schon sehr bald wiedersehen. Tschüss! 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 Tschüss!